Vor vier Jahren war ich am genau gleichen Punkt als du. Unsicher, ob die STL wirklich das Richtige ist für mich. Lange habe ich hin und her überlegt, aber habe mich dann entschieden, das Studium zu machen. Jetzt habe ich die STL frisch abgeschlossen. Ich könnte dir jetzt erzählen, dass es dreieinhalb einfache und unbeschwerte Jahre war. Aber das stimmt nicht ganz. Die Zeit hat mich echt geschliffen und rausgefordert. Mehrmals habe ich damit gerungen, das Studium abzubrechen. Aber ich habe es durchgezogen. Die Zeit hat mich gelernt, auch bei Herausforderungen dran zu bleiben, immer wieder aufzustehen und nicht aufzugeben. Dazu ist mein Glaubensleben gewachsen und ich habe mir viel Wissen aneignen dürfen. Wenn du also eine ruhige und einfache Studienzeit willst und dich nicht mit dir selbst auseinandersetzen möchtest, dann melde dich bitte nicht an. Wenn du aber herausgefordert werden willst, in deinem Glaubensleben, in deinem Charakter und in deinen Kompetenzen zu wachsen, dann ist die STL, dein Platz. Das war's. 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 Das war's.